J.R. Ward, Schwur des Kriegers, Black Dagger Legacy, Band 4, private Lesung, Kurzbeschreibung. Düster, geheimnisvoll und athletisch ist der junge Vampirkrieger Boone, einer der vier versprechendsten Rekorden der Black Dagger im Kampf gegen die Feinde der Bruderschaft. Als sein Vater auf tragische Weise stirbt, entkommt Boone zwar den Zwängen seines adeligen Elternhauses, er wird aber auch vom aktiven Dienst auf der Straße abgezogen. Stattdessen soll er Ex-Cop Barge O'Neill bei der Ermittlung in einer Mordserie helfen. Mehrere junge Frauen wurden auf ebenso grausame wie spektakuläre Weise umgebracht. Eine heiße Spur führt die beiden Vampire ins Pyr, einem Girls Club von zweifelhaftem Ruf. Drogen und schneller Sex sind hier an der Tagesordnung. Ausgerechnet dort begegnet Boone der charismatischen Helania, die dem Täter ebenfalls auf den Fersen ist, weil dieser ihre Schwester getötet hat. Vom ersten Augenblick an ist Boone der schönen Vampirin verfallen. Doch kann er ihr auch trauen? Hat sie möglicherweise sogar etwas mit diesen Morden zu tun? Doch dann gerät Helania selbst ins Visier des Killers und Boone tritt den schwersten Kampf seines Lebens an, den um seine große Liebe. Das war's. Das war's.